In diesem Video zeige ich euch, wie ihr unscharfe Fotos in hochdetaillierte, gestochen scharfe Bilder verwandeln könnt. Sowohl online als auch offline. Es ist einfacher als je zuvor. Also lasst uns direkt loslegen. Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Hitpaw. Methode 1. Hitpaw Online AI Photo Enhancer Die erste Methode, die ihr nutzen könnt, ist der Hitpaw Online AI Photo Enhancer. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Um loszulegen, einfach euer gewünschtes Bild per Drag & Drop oder über den Dateipfad hinzufügen. Nehmen wir dieses Beispiel. Wenn wir das Bild vergrößern, seht ihr wie unscharf es ist. Jetzt wählen wir das passende AI Modell zur Verbesserung aus. Für Porträtfotos empfehle ich das Gesichtsmodell oder das allgemeine Modell. Dann setzen wir die Zielauflösung auf 8K. Für alte, beschädigte oder schwarz-weiße Fotos gibt es zusätzlich Reparaturoptionen, die ihr ebenfalls aktivieren könnt. Klickt auf Preview und nach nur wenigen Momenten erhalten wir das Ergebnis. Wenn wir nun heranzoomen, sehen wir eine drastische Verbesserung der Details und Bildqualität. Die Unschärfe ist verschwunden, die Textur bleibt jedoch erhalten. Ihr könnt das Bild als PNG oder JPG speichern. Methode 2. Hitpaw Photopee Für diejenigen, die eine Desktop-Version bevorzugen, gibt es den Hitpaw Photopee. Diese Version bietet noch professionellere Funktionen, wie das Entfernen unerwünschter Objekte oder sogar einen AI-Bildgenerator. Den Download-Link findet ihr ebenfalls in der Beschreibung. Nach dem Start des Programms könnt ihr euer Bild genauso wie bei der Online-Version in den AI-Enhancer laden. Wählt dann das passende AI-Modell aus. In unserem Fall wieder das Gesichtsmodell. Stellt eure gewünschte Auflösung ein. Hier könnt ihr Bilder sogar auf bis zu 32K hochskalieren. Nach einem Klick auf Vorschau seht ihr sofort, wie die Qualität beeindruckend verbessert wurde. Besonders in den feinen Details. Ein weiterer Vorteil der Desktop-Version. Ihr könnt mehrere Bilder gleichzeitig importieren und sie im Stapel verarbeiten. Ein klarer Pluspunkt gegenüber der Online-Version. Methode 3. Freepick Upscaler Die nächste Methode ist der Freepick Upscaler. Auf freepick.com gibt es ein praktisches Tool zur Verbesserung der Bildqualität. Einfach das Bild auf der linken Seite hochladen und die Einstellungen anpassen. Ich empfehle, den Imagination-Modus auszuschalten, um das Bild möglichst realistisch hoch zu skalieren. Nach einem Klick auf Upscale ist das Ergebnis in Sekundenschnelle da. Methode 4. Letzenhans.io Ähnlich wie bei Freepick könnt ihr euer Foto hochladen und auf der rechten Seite die Einstellungen vornehmen. Ich empfehle, die Standardeinstellungen beizubehalten und direkt mit dem Prozess zu starten. Hier sehen wir ein stark verbessertes Ergebnis. Besonders nützlich für einfache, schnelle Verbesserungen. Methode 5. Crea.ai Die letzte Methode, die wir ausprobieren, ist Crea.ai. Geht zum Interface des Enhancers und stellt sicher, dass ihr den Ähnlichkeitswert hochsetzt, um drastische Veränderungen am Originalfoto zu vermeiden. Falls ihr den Stärkewert erhöht, wird das Bild künstlerischer verändert. Nachdem wir das Bild hochgeladen und die Einstellungen angepasst haben, sehen wir mehr Details. Diese Methode ist besonders geeignet für kreative und künstlerische Zwecke. Das waren die besten Methoden, um die Qualität eurer Fotos online und offline zu verbessern. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Das unterstützt uns wirklich sehr. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.